ich weiß, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, wenn ich das erst mache, Michael, aber ich habe einfach jetzt gerade mehr Bock darauf, das zu machen. Ich habe da jetzt einfach gerade Lust zu. Ob das jetzt vielleicht sonderlich klug ist, das möchte ich jetzt erstmal noch dahingestellt lassen, aber ich habe jetzt einfach Lust, das zu machen. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen. Ich möchte jetzt auch nochmal zum Eulenturm gehen, gucken, ob da was war. So, aber ich glaube, hier war nichts. Ich glaube, hier war nichts mehr. Bonk. Bonk, 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 aber hier ist nichts mehr gut. Dann gucke ich natürlich jetzt auch nochmal hier nach. In der Vergangenheit. Ob hier etwas ist, aber ich glaube, auch hier war nichts. Doch, Tatsache. War etwas, aber... Okay, kipp den Schrank mal aus. Dieses Hüpfel-Teil macht mich wahnsinnig, ne? Das ist nervig. Und ich baue noch eins davon. Und wieder mache ich sauber, okay. Treppe hoch geht nicht, das heißt, hier irgendwo ist der Letzte. Wo ist der Letzte? Da ist der Letzte. Barty Crouch Senior. Interessant. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch hier jetzt nochmal nach oben gucken. Ich glaube nicht, dass da zweimal was ist, aber einfach mal gucken. Bin ich der Einzige, der die Eulen an sich irgendwie komisch findet? Ich meine, das sind so vergoldete Spielfiguren oder so. Ich weiß nicht, aber Eulen würde ich das jetzt nicht zuordnen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, dann war ich hier jetzt auch überall. Ähm, ja, dann gehen wir nochmal. Geht das überhaupt? Kann ich da hin, wenn ich möchte? Oder bleibt die Tür zu? Die Tür bleibt also zu. Also in den Krankenflügel kann ich nicht gehen, wenn ich das möchte. Und das würde ich jetzt gerade gerne machen, muss ich gestehen. Das heißt, das bringt mir nicht so viel. Ähm. Gerade hier habe ich mit so einem Ding sauber gemacht. Ach, das soll ein Wischmob sein. Ich habe gedacht, was ist das? Warum auch immer man das bei Regen machen muss. Entschuldigung. Ich würde es wieder tun. Ravenclaw vertrauen, Tina. So, damit haben wir das Rätsel um den auch gelöst. Ähm. Jetzt würde ich gerne zur zweiten Aufgabe gehen, glaube ich. Ähm. Wie ich das genau mache mit den Gemeinschaftsrauben, weiß ich noch nicht. Da muss ich heute hier auch nochmal rein, auf jeden Fall. Vielleicht dann next time. Oder nach der Mission. Ähm. Ähm. Der letzte Gemeinschaftsraum, der mir noch fehlt. Ähm. Michael, das ist der Slytherin-Gemeinschaftsraum. Mit dem Rest war ich schon. Aber auch da werde ich dann, ähm, nochmal reingehen. Aber ich denke, dass das, ich denke mir, dass ich das mir nicht in diesen Stream angucke. Hier ist also nichts mehr. Das heißt, ich brauche hier nur hingehen wegen der Zwischensequenz. Okay. Im Schuhgarten war ich jetzt auch schon. Da bringt mir das alles im Moment noch nicht so viel. Das heißt, da ich soweit überall war, so wie ich weiß, außer dem Gemeinschaftsraum ein zweites Mal, wo ich aber auch definitiv noch hingehen werde, ähm, würde ich sagen, das lasse ich mir aber definitiv für später in der Geschichte. Ähm, wir gehen jetzt, ich denke mal, es geht in der großen Halle weiter. Nee, eigentlich müsste das Bad kommen, oder nicht? Wir müssen jetzt eigentlich das Bad nehmen und dann zum See. Ach, ich muss zum Badezimmer. Okay. Ich war ein bisschen voreilig. Ich merke schon. Geht doch nicht da hin. Komm mal. Geht jetzt weiter? Gut, okay. Moment, wenn ich damit auch sauber machen kann, ne? Lasst mich durch! Warum kann ich das dann damit nicht sauber machen? Tut mir leid. Ich kann diese Dinge damit, die roten Dinger damit aktivieren, okay. Was auch immer, das ist ein komischer Mob. Hier ist noch eins. Da ist noch eins. Dann habe ich acht von acht. Okay. Okay. Gebracht hat mir das jetzt nur ein bisschen Moni, okay. Äh. Ich soll hier hochgehen? Ich werde ins Bad gegangen. Aber ich kann auch hierher gehen. Ach, das ist das Bad der Vertrauensschüler. Okay. Okay. Boink, 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 boink. Yep. Bouncy, bounce. Werden wir es schaffen, das Rätsel des Eis zu lösen. Ich würde sagen, ja. Ja. Das hat funktioniert. Ja. Das brauche ich wahrscheinlich. Ich muss irgendwo hintragen. Weiß ich aber noch nicht, wo ich es hintragen soll. Deswegen lasse ich es erstmal liegen. Äh. Ich verteile Müll, okay. Ah, okay. Jetzt ist die Anzeige oben auch da. Das heißt, ab jetzt zählen die Punkte wieder. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Huch. Ich wollte mich doch erst umschauen. Boah. Danke. Cedric Diggory freigeschaltet! Nice! Das ist schön. Dann machen wir die noch aus, dann steckt das Wasser da drin weiter an, für die Muscheln, die wir irgendwo für brauchen. Ich weiß aber noch nicht wofür. Also für einen Trank, schon klar. Okay, da ist das Gryffindor-Zeichen. Dafür brauche ich entweder einen Stärkungstrank oder mehr Wasser. Habe ich halt beides noch nicht. Was ist denn hier hinten noch so schönes? Okay, irgendwo sind vier von diesen Kästen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Das sind... Ja, okay, gut. Damit haben wir Slytherin gefunden! Das war ja jetzt nicht so schwer. Was kannst du alles? Du kannst Sachen tragen für mich. Okay. Du wirst da noch zu schwach für sein. Du kannst auch safe irgendwas mit den Klos machen, oder? Ich frage jetzt, was bringt mir das? Mach mal zu! Mach mal zu! Gut, dann nicht. Guck mir das hier erst an, was hier noch so ist. Huch! Ich dachte, davon hätte ich alles. Davon gibt's auch drei. Da war ich auch schon wieder nicht so aufmerksam scheinbar. Wo ist denn Nummer zwei? Da und da. Okay, gut. Dann habe ich die auf jeden Fall schon mal gefunden. Das heißt, wir machen hier... Jetzt geht's weiter. Drei von drei. Und wir haben... Hasselpuff gefunden. Auch gut, jetzt... bringt mir das halt irgendwie nix, ne? Okay, ich brauche vier Blätter. Okay, jetzt mache ich beide Klos zu. Dann bekomme ich das Blatt aus dem dritten Klo, weil der Druck zu sehr steigt wahrscheinlich. Jawoll! Perfekt! Das ist das nächste Blatt dann. Und das Bild hat noch eins. Also der Zauberer im Bild. Ähm... Ich werde hier wohl nicht an einen... Stärkungstrank drankommen. Das heißt, ich brauche hier einen starken Charakter. Ich glaube nämlich nicht, dass die Mütte... Okay. Ich weiß, es war ein erbärmlicher Versuch, aber es war ein Versuch und den Versuch war es werden. Hahahaha! So... Interessant, was sie, ups, umgebaut haben. Mal ein bisschen mit der Quietsche enterspielen. Blup! Hahahaha! Hm... Oh... Dieses Fenster... Muss ich sagen, hat mich in den Filmen und in den Büchern... Hm... Schon ziemlich beeindruckt. Also allgemein fand ich das natürlich schon ziemlich nice, was gemacht wurde in dem Spiel. Äh, in den Filmen und was... Was diese ganzen Überlegungen und so sind... Flirr ist die Aufgabe. Alles klar! Hierfür brauche ich wieder Hermine. Es geht mit der Mörter sicher... Mit Mörter sicherlich auch nicht. Da habe ich einen Besen weggeschoben. Was ist hier hinter noch? Ich wollte gerade sagen, da ist bestimmt auch ein blauer oder so hinter. Ähm... Ist hier noch irgendwas? Nein. Du kannst das nicht. Du sicherlich auch nicht. Kannst du hier irgendwas machen? Wie oft man in diesen Legospielen sauber macht, ne? Wobei ich meine, warum denn auch nicht, ne? Hahahaha! Hey, kein Grund gleich aggressiv zu werden hier. Okay, sie hat... Irgendwie... Ich stehe blöd, ich stehe blöd, ich stehe blöd! Ein Zug! Hahaha! Das ist aber viel Regen, den ich erzeugt habe! Das ist viel Regen, den ich erzeugt habe! So, damit kann ich das aufmachen. Damit kann ich mehr Wasser in den Pool lassen. Ach, verdammt! Hahahaha! Achso! Ich dachte, er ist jetzt nur mit dem Kopfbaden oder so. Man sieht jetzt nur noch so einen schwimmenden Kopf. Hahahaha! Zack! Da haben wir auch schon ein schönes Bad genommen. Hahahaha! Und da laufen wir wieder weg! Wir flüchten! Cedric Diggory freigeschaltet! Sehr schön! Fleur! Sehaufgaben freigeschaltet! Auch sehr schön! Wir haben die Hauswappen gefunden! Slytherin und Hufflepuff! Ein wahrer Zauberer! Dafür war ich leider nicht gründlich genug! Wir haben inzwischen schon wieder 818.000 Stats! Das ist sehr schön! Und goldene Steine haben wir inzwischen 99! Das ist auch schön! Ähm... So! Ich persönlich... Wir haben jetzt zwei Missionen gemacht! Und wenn ich das richtig einschätze... Müssten... Wenn ich das richtig im Kopf habe... Sind das 6 Missionen pro Jahr! Ja, dahin sehe ich es auch! Das heißt, mir fehlen noch zwei! Diese würde ich gerne auf den nächsten Stream schieben! Das heißt... Ähm... Die machen wir... Die machen wir... Beziehungsweise die spiele ich nicht jetzt! Ich möchte allerdings... Ähm... Zugegebenermaßen... Ähm... Noch nicht aufhören zu streamen gerade, weil ich noch was ausprobieren möchte! Ähm... Und zwar... Möchte ich noch ausprobieren, ein Spiel... Ähm... On-Stream zu spielen, was letztes Mal nicht geklappt hat! Beziehungsweise weil es... Weil... Steam Labs nicht gecaptured hat! Und zwar würde ich gerne... Command Conquer noch... Anspielen zumindest! Nicht mehr lange! Aber das ist ja mein... Zweites Hauptprojekt! Auch laut Streamplan! Und ich möchte sozusagen... Das, was ich... Ähm... Am... Am... Dienstag... Sozusagen... Ähm... Aufgeben musste! Würde ich gerne versuchen... Ähm... Nachzuholen! Beziehungsweise... Zu gucken, ob ich das überhaupt zum Laufen bekomme! Ob ich das gecaptured bekomme! So... Ja... Und dementsprechend hören wir mit Lego Harry Potter an der Stelle auf! Ähm... Und... Absolut! So... So... Es gibt... Beziehungsweise bei mir den... Wir...